Oh Gott, Leute. Ich hab die Nachbarn geweckt, Mann! So, Leute, es ist mal wieder viel zu heiß. Es hat, glaube ich, draußen gerade 35 Grad. Und deswegen macht es erst recht Spaß, widerliche Horrorgames zu spielen, bei denen man noch viel mehr schwitzt und einfach im Stress ist. Und deswegen habe ich mir Dark Deception für euch rausgesucht, was einfach mal das übelste, ekelhafte Horror-Stress-Spiel ist. Und da haben wir Bock drauf. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal, würde ich sagen. Los geht's. Hab ich nicht schon ein neues Chapter gemacht? Ah, das hab ich gemacht! Alles klar. Ja, gutes Horrorgame. Sehr gutes Horrorgame. Auf jeden Fall, dieses Horrorgame hat mehrere Level. Also, falls euch das Spiel gefällt, lasst einen Huf nach oben da und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr eine weitere Folge wollt. Ich hoffe, ihr schreibt nein. Aber ich kenne euch ja. Ich habe das in Five Nights at Freddy's schon gesehen, wie ihr bei sowas reagiert. Ich liebe Affen. Ich liebe die Monkey Business. Ja. Wie ich da keinen Bock drauf habe, ne? Ich hasse sowas, wenn ich verfolgt werde in Horrorgames. Oh, wunderschön. Das ist wunderhübsch. Ach Gott, Leute, ey. Muss doch sein. Alter, ist das spooky! Hello. Da hätte ich doch richtig Bock drauf, reinzusteigen. Machst du bitte auf? Ich will da rein. Oh, Leute, Mann. Wieso spiele ich sowas im Sommer? Im Sommer aufnehmen ist einfach das widerlichste Fall, wenn es so heiß ist. Mi, 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 mi. Gno meckert wiederum nur den ganzen Tag. Kannst du mich bitte reinlassen, weil ich so scharf drauf bin zu sterben? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich kann das nicht lesen. Okay, ich glaube, ich muss diese purplefarbenen Kristalle... Okay, also das sind quasi Seelen. Ich muss sie alle sammeln. Ja, ich dachte zu mir, ich bin nicht allein. Ja, alles klar. 289 muss ich sammeln. Wollt ihr mich verorschen? Hasse das Spiel jetzt schon. Oh Gott, ich hasse es jetzt schon. Was passiert? Was passiert? Oh, oh. Hilfe! Hilfe, im Himmels Willen! Was ist das für ein Drecksspiel? Ich hasse euch. Welches... Hat mir das nochmal empfohlen? Boah, das ist ja richtig widerliche Kacke. Um Himmels Willen. Was ist das? Ich hasse dieses Spiel. Boah, was ist das für ein Abspiel, Leute? Sorry, nein. Einfach nein. Ich weiß, die muss herkommen. Hilfe! Es ist hinter mir. Um Himmels Willen. Es ist sowas von hinter mir. Oh Gott, Leute. Was ist das für ein Kacke-Spiel? Ich bin gleich tot. Es hat noch nicht mal angefangen. Kann ich nicht hierbleiben? Ach, die kommen auch hierher. Oh Gott, die kommen auch hierher. Verpiss dich. Ist das ein Drecksspiel? Ist das ein Drecksspiel, Leute? Manne! Ich hasse das Spiel. Wie soll man das denn schaffen? Ich muss mal meine Kampfposition einnehmen. So. Da ist einer. Alles klar. Hilfe! Jetzt sehe ich die sogar. Okay, ich sehe sie auf der Karte. Okay, dann ist es ja einigermaßen machbar. Ich dachte, ich kann die nicht sehen. Okay, ich sehe sie auf der Karte. Oh Gott, da kommt noch einer. Oh, noch einer. Wollte mich verarschen. Um Himmels Willen. Die hängen mir alle am Arsch. Okay, okay. Das ist ja wie Pac-Man. Oh Gott. Oh Gott, Hilfe, Leute. Hilfe, Leute. Gnudis. Gnudis. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das? Ich weiß auch immer, was das ist. Ich weiß es nicht. Dö, 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 dö. Mir ist es hier ehrlich gesagt zu ruhig. Wo sind die denn alle? Warum kommen die denn jetzt auf einmal nicht mehr? Oh, oh. Ah, ah, ah. Wieso wird der mir nicht angezeigt? Ah. Left or less. Okay, es sind noch 75. Warum wurde der mir jetzt nicht angezeigt? Muss ich da etwa wieder so einen roten Scheiß einsammeln? Oh, 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 oh. Pisst euch bitte. Mach lieber auch mal die Kacke hier weg. Oh, oh. Nein. Um Himmels Willen. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh Gott. Oh Gott, nein. Hilfe. Ey, es sind noch so viele. Das hört ja gar nicht auf. Warum sehe ich die denn nicht nochmal? Ich fand es so angenehm, als ich die gesehen habe. Bitte, lass mich sie nochmal sehen. Oh, oh. Mann, ich hasse das Spiel. Das gibt es doch nicht. Man muss immer wieder die Scheiße anschauen. Oh, lass mich doch einfach da vorne starten. Das ist so unnötig. Mann, das Spiel ist voll schwer. Wieso habe ich die vorhin gesehen und dann nicht mehr? Hat sich gereimt. Das sind voll viele Kristalle. Das ist viel zu viel. Besten ist echt, wenn man die ganze Kacke hier erstmal abfarmt. Okay, ach, jetzt sehe ich die. Okay, jetzt kann ich die sehen durch den roten Stein. Oh, oh. Ich stecke fest. Jetzt bin ich tot. Ach, das gibt es doch nicht, dass ich mein kostbares Leben für so eine Kacke aufbewahr. Als Maul. Geh mal nicht auf die Eierstöcke, bitte. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen, Mann. Ich höre das nicht. Mann. Ich hasse das Spiel. Es ist ein Drecksspiel. Mann, ich mache gleich einen Rage Crit. Das kann man gar nicht schaffen. Jetzt habe ich alle aufgeweckt, die hier gerade im gleichen Haus sind wie ich. Ich höre es schon, weil alle ihre Rollläden hochfahren auf einmal. Mann, ich habe die Nachbarn gewenkt, Mann. Verdammte Scheiße. Verpiss dich doch. Verpiss dich. Das ist so ein dummes. Es ist so ein dummes, blödes. Doch, Spiel. Ja, you're dead. Leck mich am Ar... Sorry, Barney, aber ich kann nicht... Der arme Cutter, Leute. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Rest in Peace, Cutter. Weil der sich hier die ganze Scheiße reinziehen muss. Und die ganzen Ausdrücke, die ich hier gerade sage, reinziehen muss. Hello, darkness, my old friend. Ich bin voll der ausgeglichene Mensch, Leute. Nein. Verdammte Scheiße. Wo? Das ist so unfair. Ihr Lappen. Lappen. Solche Lappen. Solche dummen Lappen. Ich sage es euch. Ey, verpisst euch. Bitte verpisst euch. Da ist der rote Stein. Sehr gut. Nein, doch nicht. Scheiße. Ich dachte, er wäre der rote Stein gewesen. Es sind einfach zu viele Steine, Leute. Es ist viel zu viel. Zu viele Steine. Viel zu viele Steine. Das nimmt kein Ende, Mann. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr euch einfach verpisst. Ah, weil euch keiner liebt. Mami. Ah, 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 ah. Ich hasse das Spiel. Scheißdreckspiel. Arschlochspiel. Arschlochspiel. Ich finde es halt auch echt übertrieben, dass man wirklich alle Steine finden muss. Alle Steine. Das ist viel zu viel. Oh, 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 oh. Nein, bitte. Das ist so unfair. Ah, 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 ah. Mann, ich habe keinen Bock mehr. Verbiere Scheiße. Lass mich in Ruhe. Ich werde das Spiel niemals durchspielen. Und wenn ihr wollt, dass ihr das Spiel durchspielen, würde ich 100.000 Daumen hoch. Ach komm, einmal noch. Aber danach ist Schluss. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann Arschlecken. Dann müsst ihr das netteste Kommentar schreiben. Sonst mache ich gar nichts mehr. Letzte Runde, Leute. Danach habe ich keinen Bock mehr. Was ist dieses goldene Scheißdreck da? Ach, kann ich vielleicht zwischenspeichern? Ist das ein Checkpoint? Das ist ein absolutes Stressspiel. Ich habe noch nie so ein stressiges Horrorgame gespielt. Meine Füße. Die pieksen schon vor Stress. Ich will noch mal so einen roten Stein. Ich will noch mal so einen roten Stein haben, bitte. Es ist so verdammt unfair. Ihr hässlichen. Stressiges Scheißspiel. Ja, sehr gut. Jetzt sehe ich die Drecksschweine. Kann es bitte die ganze Zeit so bleiben? Dann wäre das Spiel echt easy, Leute. Oh nein, es wäre nicht easy. Nein. Nein, meine verdammte Scheiße. Jetzt habe ich den roten Stein und es geht nicht. Ich werde den Kommentar aussuchen, welche Leute sich das Spiel gewünscht haben. Ich werde euch raussuchen, Leute. Und dann gibt es richtig aufs Maul. Nein, Spaß, Leute. Es sollten mir das Spiel empfehlen, aber nicht so eine Scheiße. Da gibt es auch noch mehr Levels. Und wie ich meine Gnus kennen, wollen die das alles sehen. Weil die mich gerne leiden sehen. Du, 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 du. Ah, es ist so unfair, du Lappen. Ah, Mann. Ich bin kein Bock mehr. Du bist... Nee, echt nicht. Ich hoffe, ich bin einfach so an. Das ist so genau so viel. Mann. So, Leute, das war's. Ich habe keine Lust mehr. Versucht, mich zu überzeugen. Ich werde es jetzt nicht mehr spielen. Ich spiele daran jetzt schon viel zu lang. Danke fürs Zuschauen und bis irgendwann mal wieder. Aber jetzt erst mal nicht mehr. Tschüss. Kein Bock mehr. Tschüss.